Ich befinde mich hier auf der Kuppel des Katrinkogels, der trotz seiner Nähe zu Felden ein Geheimtipp geblieben ist. Hier genießt man nicht nur einen herrlichen Blick auf den Wörthersee, man kann auch deutliche Spuren einer römischen Festung und eine gotische Wallfahrtskirche aus dem 14. Jahrhundert bestaunen. Außerdem steht hier Österreichs erster und einziger Wunschbaum, mitten in einem Kraftfeld, welches nicht nur von Feinfühligen gespürt wird. Wie man sieht, hat auch hier neben dem Kraftfeld der Blitz eingeschlagen. Dieser Stein hier ist von meinem Sohn und dient mir als Glücksbringer. Ich werde ihn jetzt in diesem Kraftkreis energetisch aufladen. Ich werde ihn eingraben und aufladen. Nach einer Woche hole ich ihn mir wieder. Dann sehen Sie hier Blätter eines Wunschbaumes aus dem Süden Indiens. In Indien sagt man, dass alle Wünsche aufgehängt auf einem Kalpa Vritschka in Erfüllung gehen, sofern die Wünsche aus tiefstem Herzen kommen. Und da ich wunschlos glücklich sein möchte, wünsche ich mir natürlich Wunschlosigkeit. Bis bald am Kraftplatz Katrinkogel.